Moin Leute, freut mich, dass ihr das Maschenarchiv gefunden habt. Heute beschäftigen wir uns mit diesem schicken Muster. Das ist der Broken Rib Stitch. Wir werden einmal, also einmal zum allgemeinen Ablauf, wir werden uns jetzt einmal das ganze Muster obschisch angucken, dann ein Musterrapport stricken und zum Schluss noch ein bisschen über die Vor- und Nachteile quatschen. Also, die Optik. Das hier ist ein reines Strukturmuster, sprich es wird nur über die verschiedenen Stiche gebildet, nicht aber über Farben. Es besteht nur aus rechten und linken Maschen, ist also sehr anfängerfreundlich. Auf dieser Seite sieht man eigentlich, worum es in den Namen geht. Es ist so ein bisschen wie ein Rippenmuster, ist aber, wie der Name schon sagt, hier so ein bisschen unterbrochen. Wenn man sich die andere Seite anguckt, dann sieht man eigentlich fast nur linke Maschen. Wie das zustande kommt, das gucken wir uns jetzt gleich einmal an, während wir den Musterrapport stricken. Ich würde sogar sagen, wir machen da zwei Musterrapporte, einfach weil der sehr kurz ist. Der geht nur über zwei rein. Und dann über zwei rein geht er sogar. Was ratsche ich denn hier? Der geht nur über zwei rein, also machen wir über vier rein. Und dann geht es auch schon los. Wir nehmen erst einmal zehn Maschen auf. So, zum allgemeinen Know-how. Ihr solltet den Maschenanschlag können, rechte und linke Maschen. Und ja, es ist jetzt nicht von Nöten, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn ihr einmal vorher das Rippenmuster schon mal gesehen habt. Die Videos dazu packe ich euch in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das einmal durchgucken. Ansonsten starten wir. Ganz wichtig, einfach nur für die Einfachheit des Strickens ist, das hier ist die Vorderseite. Das seht ihr hier an diesem kleinen, ja wie so ein Wellenmuster. Das hier ist die Rückseite, also die Hinreihe, Rückreihe, auf Englisch right side oder wrong side. Wir starten mit der Rückreihe, also wrong side. Und dort fangen wir an mit rechten und linken Maschen diese im Wechsel zu stricken. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und jetzt ergibt sich auch, warum wir auf der Rückreihe mit den Wechsel starten. Weil wir jetzt hier eine Reihe rechte Maschen drüber setzen. Wir stricken nur rechte Maschen. Ja, hätten wir das andersrum gemacht, hätten wir jetzt hier mit rechten und linken Maschen gestrattet. Also auf der Hinreihe, beziehungsweise right side, hätten wir nur linke Maschen zurückgestrickt. Aber, ne, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Merkt euch einfach, auf der, bei der Rückreihe, beziehungsweise wrong side, rechte und linke Maschen im Wechsel. Inreihe oder right side, eine Reihe, rechte Maschen. Also, nur rechte Maschen drüber setzen. So, das ist schon der ganze Musterrapport. Der ist sehr, sehr kurz. Ich finde, man kann jetzt auch nicht wirklich erkennen, was wir hier gezaubert haben. Deshalb stricken wir nochmal einen Musterrapport. Also, wichtig ist jetzt, wieder die gleichen Maschen drüber zu setzen, okay? Also, wir haben hier unten mit einer rechten Masche gestartet, starten also hier auch wieder mit einer rechten Masche. Wenn ihr das noch nicht richtig erkennen könnt, ne, wenn ihr jetzt hier das Strickstück anguckt und sagt, was ist jetzt hier eine rechte, was ist eine linke Masche, empfehle ich euch nochmal das Video zu rechten und linken Maschen. Da erkläre ich das nochmal ganz genau. Also, wir starten wieder mit einer rechten Masche, dann mit einer linken und bis zum Ende der Reihe im Wechsel. Und hier setzen wir jetzt wieder eine Reihe rechte Maschen drüber. Also, das waren jetzt zwei Musterrapporte. Und jetzt wird auch langsam deutlich, worum es hier in dem Muster geht, ja? Also, ihr seht, hier erscheinen die rechts gestrickten Rippen. Und da, wo jetzt die links gestrickten Rippen erscheinen sollten, werden immer abwechselnd rechte und linke Maschen gestrickt. Was erklärt auch dann diese Optik? Denn hier haben wir eine Reihe linke Maschen. Und dazwischen werden die, da, wo die rechten Maschen erscheinen sollten, immer rechte und linke Maschen im Wechsel gestrickt. Gucken wir uns nochmal das Hauptmuster an. Ja, hier wieder die Seite, wo die rechten Rippen erscheinen. Auf der Rückseite die Reihe, wo die linken Rippen erscheinen. Einmal Vor- und Nachteile. Also, ich finde, mein Vorteil ist, wenn sich ein Muster nicht zieht, wenn es sich nicht wählt. Dieses Muster wählt sich ein ganz kleines bisschen. Es kann jetzt aber auch daran liegen, dass ich vielleicht ein bisschen fest den Faden vernäht habe. Möchte ich jetzt nicht beschwören, dass es nicht auch daran liegt. Ich finde, ein Nachteil, beziehungsweise etwas, worauf man achten muss, ist immer, wenn das Muster von, also zwei verschiedene Seiten hat. Es hat ja diese rechte Seite, nenne ich sie mal, und diese linke Seite. Müsst ihr einfach mit einberechnen. Kann natürlich auch ein mega Hingucker sein, dass ihr sagt, ey, finde ich total cool, wenn ich jetzt einen Schal daraus mache, dass der von zwei Seiten anders aussieht, oder ein Cardigan. Vielleicht kann man auch geil damit spielen, dass man sagt, okay, auf der einen Seite nehme ich diese Seite, auf der anderen Vorderseite nehme ich dann die andere Seite, ist dann ein ähnliches, also gleiches Muster, nur verschiedene Optiken, kann man natürlich total mitspielen, muss man vorher nur bedenken. Deswegen hier jetzt kein klarer Vorteil, kein klarer Nachteil. Es ist mega anfängerfreundlich, finde ich, also ich mag immer gerne für Anfänger, also ich empfehle immer gerne für Anfänger Muster, die rechte und linke Maschen mit drin haben, weil man als Anfänger immer dazu neigt, die linken Maschen zu vernachlässigen. So, also, gönnt euch gerne mal Broken Ripstitch, finde ich, ist eine coole Abwendung des normalen, also des Rippenmusters, irgendwie des Klassikers. Und wie immer, wenn ihr coole Sachen damit gestrickt habt, schickt sie mir gerne bei Instagram, ich freue mich. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal.